FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat am Donnerstag einen Besuch in Ungarn absolviert, um den dortigen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu treffen. Mit dabei war noch FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger, der auch Obmann der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Österreich-Ungarn ist, sowie die Salzburger FPÖ-Landesschäfin Marlene Swacek, die im April zur Landtagswahl in Salzburg antritt. Kickl berichtet von einem konstruktiven Gespräch. Er sagt, wir waren uns einig, es braucht angesichts des Russland-Ukraine-Kriegs umgehend einen Waffenstillstand samt Friedensgesprächen. Denn die Gefahr einer weiteren Eskalation nimmt stetig zu. Auch die EU-Sanktionsmaßnahmen waren Thema. Diese haben ja in ganz Europa zu massiven Preissteigerungen geführt. Bei Frieden und Aufhebung dieser unnötigen Sanktionen würde auch die Inflation sofort sinken, so Kickl. Und selbstverständlich muss auch der Kampf gegen die illegale Migration verstärkt werden. Orban und Ungarn zeigen hiervor, wie es funktionieren kann. Die EU soll endlich in die Gänge kommen und geeignete Maßnahmen zum Schutz der EU-Außengrenzen ergreifen. Dazu gehört auch die Finanzierung für den Bau von Grenzzäunen, so Kickl abschließend. Die EU-Außengrenze